Simon Gegenheimer, herzlichen Glückwunsch zum Eintragen ins Goldene Buch. Was bedeutet Ihnen das? Ja, es ist eine riesen Ehre für mich. Zehn Jahre wohne ich inzwischen hier in Aalen und jetzt mit dem Weltmeistertitel mich eintragen zu dürfen, ist echt eine super Sache. Ich bin mega happy. Jetzt haben Sie den Weltmeistertitel geschafft. Was sind die nächsten Ziele? Ja, wie gesagt, die Ziele sind eigentlich erreicht. Ob ich jetzt ein zweites oder drittes Mal Weltmeister werde, ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Aber ich will als Weltmeister das Trikot gut vertreten, respektvoll mit umgehen und vielleicht den einen oder anderen Weltcup im Trikot gewinnen, was bisher noch kein Weltmeister geschafft hat. Draußen sind jetzt die Minusgrade. Wie trainieren Sie denn jetzt über den Winter? Ja, die Ausdauereinheiten, die langen Einheiten, die werde ich wahrscheinlich im Süden verbringen. Aber dann, ich werde viel Alternatives-Training machen, wie ich gehört, vielleicht viel Laufen gehen, Balance- und Stabil-Übungen im Fitness-Training, solche Sachen. Dankeschön.